Wenn es zu Hause am schönsten ist, ist es Musterring. Doch was macht Musterring Möbel eigentlich so erfolgreich? Wir meinen eine starke Partnerschaft, ausgesuchte Produzenten und ganz besonders die Handelspartner. Und hier hat Musterring im Segment Küche einen starken Partner an seiner Seite. Küchenaktuell ist mit über 30.000 ausgelieferten Küchen pro Jahr Deutschlands erfolgreichster und sympathischer Küchenfachhändler. Die Marke Musterring und Küchenaktuell verbinden gleiche Werte. Hohe Seriosität und große Zuverlässigkeit. Und unsere Mitarbeiter stellen sich von morgens bis abends in den Dienst der Kunde. Seit Beginn der Partnerschaft mit Musterring zeigt Küchenaktuell auf den großzügig gestalteten Ausstellungsflächen aller Filialen eine beeindruckende Auswahl perfekt in Szene gesetzter Musterring-Markenküchen. In einem extra hierfür umgebauten Bereich lassen sich die Vorzüge einer hochwertigen Musterring-Küche bestmöglich präsentieren. Musterring fühlt sich bei den Vollprofis von Küchenaktuell sehr gut aufgehoben, weil hier seriöse Kundenorientierung in allen Bereichen gelebt wird. Und vor allem diese Werte sind es, die Küchenaktuell mit Musterring verbindet. Musterring, einem Familienunternehmen in dritter Generation. Seit 1938 setzt Musterring alles daran, Möbel immer wieder neu zu erfinden. Dafür ist man schon früh neue Wege gegangen. In Reda-Wieden-Brück, der Heimat von Musterring, finden sich ideale Bedingungen. Hier trifft geballte Wirtschaftskraft auf ein sehr liebenswertes Umfeld. Damit auch unsere Kindeskinder noch eine intakte Umwelt genießen können, engagiert sich Musterring für einen der wichtigsten und wertvollsten Naturräume, den es gibt. Den Wald. Eine ausgeprägte Markenbekanntheit, nicht zuletzt durch Fernsehwerbung mit dem Markenbotschaftler Sky Dumont und hohe Sympathiewerte für Musterring, haben Küchenaktuell die Entscheidung leicht gemacht, mit einer Zusammenarbeit ein Produkt anbieten zu können, das es sonst am Markt fast nirgendwo gibt. Küchenaktuell ist ein reinrassiges Familienunternehmen. Unsere tägliche Arbeit wird dabei geprägt von Respekt und Rücksicht vor Menschen und Umwelt. Ein echter Mehrwert für die Kunden. Fachkompetente und perfekt geschulte Berater verschaffen Ihnen einen Eindruck über die Besonderheiten einer Musterring-Markenküche. Zehn Jahre Garantie sind im Rahmen des Küchengütepasses selbstverständlich. Dies ist möglich, weil nach strengen Richtlinien produziert wird. Mit Holz aus kontrolliertem Anbau, nach zertifizierten Prozessen, umfangreichen Qualitätskontrollen und Tests unabhängiger Institute garantieren ein nahezu perfektes Produkt. Doch dies muss natürlich auch präzise beim Kunden montiert werden. Und auch dafür steht Küchenaktuell. Unser gemeinsames Ziel ist, hohe Kompetenz, erstklassige Qualität und umfangreiche Serviceleistungen miteinander zu verbinden. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, sind die Montagespezialisten von Küchenaktuell perfekt für die Präzisionsmontage Ihrer Musterring-Markenküche geschult und lassen Ihren Küchentraum wahr werden. Dafür steht Musterring. Dafür steht Küchenaktuell.